Oh Gott, I'm sorry, ich habe den ganzen Haarraum gerade gebrochen. Ich kriege echt eine Krise und sie reagiert dann auch immer so empfindlich, wenn ich sie bitte, dann einfach so ein bisschen zurückzuhalten. Sie ist jetzt zehn Wochen. Neues Familienmitglied, Kätzchen Mino muss zum Arzt. Oh, ich weiß. Und Mark feiert seinen 27. Geburtstag in großer Runde auf der Reeperbar. Happy birthday. Nach durchzechter Nacht lädt Sarah ihren Mark zu einem Candlelight-Dinner ein. Es sind noch vier Wochen bis zur Hochzeit. Das erste Mal seit über einer Woche verbringen Sarah und Mark einen Abend zu zweit. Danke sehr. Guten Appetit, Anni. Guten Appetit, Anni. Mh. Mh. Ich glaube, ich muss mal einen Kochkurs machen. Ja, du. Ja, ne? Wir machen einen Kochkurs, ja? Aber wenn ich einen Kochkurs mache, Anni, dann machst du einen Benimmkurs. Was? Warum? Because of this. You're not supposed to do this. Du schmackst. Ich mag das. Ja, du magst das, aber du möchtest... Honey? Und deinen Ellenbogen vom Tisch. Hm? The food tastes besser, wenn mein Elbe ist auf dem Tisch. Mein Essen schmeckt besser, wenn dein Ellenbogen nicht auf dem Tisch ist, wenn du ein bisschen schöner da sitzt. Honey? 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 Nicht schmatzen. You're smacking. I'll take a stupid course. You're gonna have to cook. Okay, ich lern... Okay. Deal. Deal. Ich lern kochen. Ich benehmen. Ich wäre wirklich richtig froh, wenn Marc mal anfangen würde, auf seine Tischmanieren etwas mehr zu achten, denn manchmal aset das schon ein bisschen aus mit Schmatzen und Ellenbogen auf dem Tisch und ich glaube, er ärgert sich vielleicht so ein bisschen innerlich über unseren Deal, aber ich denke, so einen Benimmkurs würde ihm mal ganz gut tun. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Das war sehr lecker. Der Fisch war sehr lecker, ne? Alles war sehr lecker. Ich bin fertig. Und als du dich zurückgelehnt hast, when you lean back, you're holding him with a fire. Und du so... Hattest du das gerade gesehen? Seine ganzen Haare haben gebrannt. Als ob es dir jeden Tag passiert. Es sind alle weggebrannt. Du bist einfach zu cool für diese Welt, honey. Und du bist etwas zu cool für das Spiel. Danke schön. Komm, komm, komm. What are you doing honey? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I will be right here waiting for you. Der nächste Morgen. Der Alltag hält Einzug im Hause Terenzi. Mark präsentiert Sarah sein neuestes Geburtstagsgeschenk. Einen Rasenmäher der besonderen Art. It's a lawnmower. Keine Angst. Ja. Oh, ist okay. Jetzt gibt es einen Namen. Willst du einen Namen geben? Ralph. Ralph? Das ist cool, huh? Das ist cool, huh? Was war das denn? Der Ball? Oh, nein. Ein Ball? Das war dein Ball, ja. Nein, au. Oh, nein. I'm sorry, I'm sorry, sorry, sorry. Das ist nicht so schlimm. What's wrong? Tyler! Tyler, Ralph, take your ball. Am Nachmittag. Sarahs Schwester Marisa hat ihr Abitur bestanden und lädt, kurz bevor sie eine Weltreise antritt, zu einer kleinen Feier. Ein stolzer Moment für Sarah, aber auch ein aufregender. Seit ihrem Streit ist es das erste Mal, dass sie Soraya wieder sieht. Also mal eben Ruhe, Leute. Hallo, Attention. Ein paar Worte zu deinem Abitur. Marisa, ich bin stolz auf dich. Du bist Vorbild jetzt. Ja. Du bist die erste in der Familie, die Abitur macht. Du bist die mittlere Tochter. Trotz zwei recht dominanter Schwestern machst du dein Abi. Wir haben alle ein bisschen geholfen, wie du weißt. Ich bin sehr froh, dass das Abitur jetzt endlich vorbei ist. Das ist eine große Last gewesen. Und es ist wirklich schön, das jetzt zu fühlen, dass ich es wirklich geschafft habe irgendwie und auch frei bin. Aber trotzdem weiß ich ja, dass jetzt in ein paar Monaten schon die Weltreise ansteht im September. Und das wird auf jeden Fall hart. Also es wird sehr aufregend. Aber ich weiß, dass ich meine Familie sehr vermissen werde, weil ich ein Jahr lang weg bin. Noch ein Geschenk für dich. Das Abitur. Und auch für deine Reise. Und so ein bisschen Sorge, dass du irgendwie... Auf jeder Zeit dir ein Ticket zurückkaufen kannst, wenn du doch nach Hause kommen möchtest. Nee! In dem Moment, wo sie dann eben diesen Umschlag geöffnet hat und sich so gefreut hat, hab ich mir gedacht, hm, ist das so... Das ist nicht mein eigenes Kind, aber ich hab dann irgendwie so ganz viele Emotionen auf einmal. Dass ich dachte so, okay, auf der einen Seite musst du sie gehen lassen. Ich freu mich für sie. Es wird ein riesiges Abenteuer. Und ich wünsche ihr viel Spaß. Auf der anderen Seite werde ich sie halt auch sehr, sehr vermissen. Das ist voll schön. Das ist das beste Geschenk, was ihr machen könnt. Ich meine, ohne... Ich hätte nicht buchen können gar nichts. Ich hätte nicht gewusst, wie ich es machen soll. Na ja. Es ist gonna go good. Ja. Es ist gonna be good. Du hast viele Geschichten haben, die du uns erzählen kannst wahrscheinlich hinterher. Oh ja. Das ist die beste Sache. Ich werde jetzt auf Bali sein, auf Hawaii. Ich wünsche. Okay, Leute. Party. Gläser 6. Okay, wir haben uns los trinken. Und wieder einmal wird es feucht fröhlich. Sehr weh, die haben. Wedding Planner Frank hat zur Weinverkostung geladen. Die To-Do-Liste für die Hochzeit wird immer länger. Der Zeitplan immer knapper. So. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, wir sind Champagner zum Anfang. Ein bisschen was zum Eintrinken. Was ganz wichtig ist, dass wir vielleicht professionell probieren. Es fängt an damit, dass man ein Glas hier unten festhält. Es gibt eine schöne Geschichte. Man geht auf Toilette. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, man wäscht sich die Hände. Möglichkeit Nummer zwei, man wäscht sich die Hände nicht. Bei beiden Möglichkeiten riechen die Hände. Deswegen sollte man, wenn man Wein probiert, nicht die Hand riechen. Jetzt die Hand ja weit weg vom Wein. Ich will sie jetzt erst mal in den Altarm. Dann riechen Sie einfach mal rein. Wie Sie das so finden. Einfach mal rein? Einfach mal rein riechen. Einfach mal rein riechen. Ach so, rein riechen. Das ist jetzt rein, weg. Das ist gut. Ja? Das ist besser als Prosecco, vor allen Dingen. Wie ist das? Finden Sie? Ja, unbedingt. Ich finde, Prosecco ist immer so viel Frischender und so heiß. Aber Prosecco ist schneller. Ja, das ist ... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zu trocken? Na, ich weiß, ja. Das ist gut, für Dessert. Ich mag das nicht. Das ist gut für Dessert. Aber der Dessert ist süß. War ja einfach so ein bisschen ausbereitet. Der schmeckt irgendwie so wie abgestandene Brause oder so. Ich mag das. Sehr gut. Für Dessert, ja. With like chocolate cake or something. Mhmmm. 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 Haben wir dann wirklich drei verschiedene Weine für alle Gänge? Gut, das müssen wir wirklich dann noch festlegen. Müssen wir nicht unbedingt. Also den davor, den weißen, fand ich ganz toll. Den roten finde ich auch gut. Vielleicht kannst du mir noch einen schönen spanischen Rotwein mitbringen. Apropos Spanien. Wann fährst du eigentlich mal da rüber, um dir das mal anzugucken? Wir checken gerade noch die Flüge. Das ist so ein bisschen kompliziert jetzt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber es gibt doch die ganzen Zeitflüge. Wir haben uns doch jetzt gerade erkundigt. Auch mit den Gästen schon. Hm? Es gibt doch die ganze Zeitflüge. Ja? Ja. Soll ich dir was buchen? Wenn ich dir was buche, kannst du morgen fliegen. Ich hab ... Ich wollte es jetzt eigentlich erst nachher mal unter vier Augen sagen. Ich hab Aviophobie. Angst vor Fliegen. Du hast Angst vor Fliegen? Flugangst. Ich meine, das hätte uns Frank wirklich vorher sagen müssen. Ja? Da gibt's keine Entschuldigung. Er kann jetzt nicht mehr im Außen nach Spanien fahren. Das dauert viel zu lange. Das wird alles viel zu eng mit der Zeit mit unserer Hochzeit. Ja, aber du musst ja da hinfliegen, ne? Ja, ich weiß. Ich werd das schon schaffen. Ihr wollt ja wirklich keine Sorgen zu machen. Ja, es war mir schon ein bisschen peinlich, dass das mit der Flugangst in der Runde rausbekommen ist. Eigentlich wollte ich Sarah mal zur Seite nehmen unter vier Augen, ihr das kurz berichten. weil es ja doch so ein kleines Issue ist. Aber ich denke, wir werden das auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ortswechsel. Am nächsten Tag trifft sich Sarah mit ihren Schwestern Marisa und Anna-Maria sowie mit ihrer Freundin Steffi in Hamburg. Die Braut des Jahres sucht das Brautkleid des Jahres. Das hört sich ganz schön merkwürdig an. Ja, die Jungfrau, würd ich sagen. Doch, du bist mehr so die Unschuldigung. Ich finde irgendwie so... Meine Brust ist ganz weg. Ich hab sowieso schon so wenig Brust und jetzt ist es auch noch... Jetzt hör mal auf, immer an die rumzunörgeln. Flacher Probe. Ich würde sagen, bis hierhin ist es okay. Komm mal her. Dreh ich mal um. Nö, so schlecht ist das gar nicht. Ja, das geht voll eigentlich. Sieht aus wie Lilly von der Alm irgendwie. Die Ärmchen sind wie von der Bifi. Die Haut. Nee, das macht flach. Hab ich ja gut nach. Müsst du was sagen. Du kannst ja gut reden. Du hast ja die großen Bamballers. Bamballers. Selbe Stadt, selbe Zeit. Mark hat ein ganz anderes Problem. Er sucht den perfekten Ring für Sarah. Robin und Mike sollen ihm dabei helfen. Ich würde sagen, zwei Karate. Zwei. Zwei Karate. Was kostet ein Zwei Karate? 30.000? Ungefähr. Je nachdem, was das für ein Stein ist. Wenn die so selten sind, dann kostet ja... Ein Gelbe vier Karate. Und ich brauche den perfekten Ring für meine Wife. Das wird nach richtig Arbeit. Wow. Wow. Ja, das Ding da oben auf deinem Kopf geht nicht. Und dann... Wie viel lang? Das ist ja halt so die Wife-Abteilung. Aber du hast eine Taille das erste Mal daneben. Ach. Wir sollen... Stimmt, ja. Aber ich habe wieder keine Brust. Das macht nichts. Wo die Taille raus? Das macht nichts. Guck mal von der Seite noch her. Das sieht schön aus, oder? Macht super cool. Das sieht wirklich gut aus. Dreh dich mal um. Es ist schon spannend, wenn man das erste Mal ein Brautkleid anhat. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Und es ist schon aufregend, sich so zu sehen. Man hat automatisch irgendwie eine schöne Figur. Man hat eine tolle Taille. Und die Proportionen sind automatisch schön irgendwie eingeschnürt, weggeschnürt und hochgeschnürt. Es geht ja auch darum, so ein bisschen Ideen zu sammeln. Ja, wenn wir es jetzt... Nee, aber es sieht wirklich toll aus. Ja, schon süß. Vor allem, wenn du richtig braun bist noch nachher und so. Nicht verbrannt. Wir haben lange lang. Das ist ja halt so die Wife-Abteilung. Nee, aber du hast eine Taille das erste Mal daneben. Hier so, wenn ich so eingekutscht bin wie so eine Wurst. Das wirst du sowieso den ganzen Abend. Echt? Das war bei mir auch. Nicht sitzen und dann muss ich auch noch still. Dann musst du auch noch sieben Leute mitnehmen auf die Toilette, bis das alles noch hochgekampeln heißt. Das geht nach ein paar Weinen. Ja. Weil du fühlst dich ja nicht so gut. Ja, so wie eine Barbie jetzt gerade. Wie die Heirats-Barbie. Ja. Die Haushalts-Barbie, die fühlt sich bestimmt auch immer so steil. Aber da kann man ja stehen und sitzen, wie man will. Das wird immer stehen. Guck mal, ich kriege an die Hocke. Steht einfach so auf. Das ist auch so. Wie von der Torte. Ja. Ich sehe auch für ein Baiser. Ein bisschen Sahnehäubchen. Ja. Du musst auch unbedingt was machen. Oh mein Gott. Du musst unbedingt meine Haare lang kriegen. Die kriegen wir lang. Die kriegen wir lang, ne? Ja. Jetzt bekommt man schon so ein bisschen ein Feeling dafür halt, wie sie irgendwann dann im Altar oder wo auch immer stehen wird und heiraten wird. Ich möchte nochmal das Feeling haben. Ja. Also ich möchte auf jeden Fall auch heiraten irgendwann. Aber ich muss halt den Mann erst mal finden, der mir diesen Weg gehen möchte. Sarah, mach mal hinne. Ja. Das steht hier unter Vorstellung. Das geht so nicht. Wir sind ja Schweizerin. Wir dürfen ehrlich sein, ne? Sarah, das geht gar nicht. Die Abteilung hat mir noch ein bisschen Platz, wenn der Bauch noch wächst. Wenn du schwanger wirst, dann wäre das schön. Ja. Aber es ist auch wieder beefy, ne? Beefy geht gar nicht. Du willst ja auch mal tanzen. Ohhhh. She works hard. That's right. Ohhhh. Ohhhh. Nee. Mark, Mike und Robin haben zwar noch keinen Ring, dafür aber ein Tattoo-Studio entdeckt. Was bleibt denn der Sekt? Wir sind einfach Durst denn. Ich hab das. Ja. Das ist der Hitzer doch. Ohhhh. Ohhhh. Siehst du? Siehst du? Anna-Maria? Kein Hintern. Sarah, das ist einfach... Du hast doch eigentlich ein Problem mit deinem Hintern. Du brauchst ja nicht ein... Ups. Ist auch süß. Also ein Schleier macht natürlich dann ganz viel aus. Guck mal. Wir drücken wieder weg. Ich finde, wir sollten das mitnehmen, falls das Kleid... Ich meine, das wird es sicher nicht mit werden. Aber wenn wir das dann nehmen, dass wir noch ein Notfallkleid haben, falls ich hinfalle, oder mir was wieder aufgebunden ist. Okay, cheers Mädels. Auch Sarah. Ich muss die ganze Zeit auf 10 Spitz. Bist du aufgeregt grad? Chin chin. Ja, ich werde schon so ein bisschen hibbelig. Und nicht so hier in so einem Mauland. Stößchen. Stößchen. Oder auch Fernstößchen, wenn man nicht rankommt. Fernstößchen! Du gib me more than I can say. Cut my baby. Wisst ihr was, Minz? Ihr glaubt, ich muss erst mal was probieren. Ja, du auch, meine liebe Dame. Ihr dreht ja die Folge davon. Aber ich bin ja eher so... Das passende Kleid war heute leider nicht dabei, aber ich konnte trotzdem ein paar tolle Ideen einsammeln und Inspirationen kriegen, um mich jetzt mit einem Designer zusammenzusetzen und mein richtiges Kleid zu entwerfen. Und ich möchte einfach, dass Marc umfällt, wenn er mich das erste Mal in diesem Kleid sieht. Ah! Love conquers all. Liebe besiegt alles. Das habe ich mit Sarah zusammen ausgesucht und ich finde das cool. Ja, das ist gut. Du magst es? Ja. Awesome. Perfect. Sarah hat Marc versprochen, einen Kochkurs zu besuchen, wenn er dafür einen Benimmkurs absolviert. Verstärkung holt sich Sarah von ihrer Schwester Anna-Maria. Ah, hallo! Meine Kochkurse. Jetzt. Bist du der Richtige? Bist du Michael? Michael, hallo. Okay, hi. Michael, hallo. Aber wer macht ihr denn überhaupt einen Kochkurs? Könnt ihr nicht kochen selber oder... Nicht so gut. Mit Kneuer? Doch. Nein. Oder eure Männer auch nicht. Was kannst du denn kochen? Ich kann kochen. Was kochst du? Ich muss jeden Tag zweimal kochen seit einem Jahr. Ich kann schon mit Kneuer. Was denn? Von Lasagne mit Knorr. Ja, Lasagne mit Knorr. Nein, nicht mit Knorr. Dann probieren wir mal, heute machen wir ein bisschen was anderes. Ja, aber du hast ja nicht mal eine Lasagne-Auflaufform. Ja, jetzt habe ich ein Gelein im Restaurant. Heute gibt es aber ohne Knorr. Wir fangen an mit dem weißen Tomatenmus. Da gibt es ein Erdbeer- und Mozzarella-Spießchen dazu. Ich mag kein Käse. Fleisch mag auch nicht, oder? Doch. Entenbrust. Entenbrust. Du kannst ja mal probieren. Ich bin Vegetarier. Nee, nicht mehr. Ja, genau. Wo ist das? Ja. Wo ist das? Ja. Toomaten? Du musst uns doch im Moment, du machst das hier so schnell. War das Salz? Ach so, ja gut. War das Salz? Nein, das war Zucker. Ach so. Zucker und Salz kommen hier rein. Ein bisschen Pfeffer. Zucker auf die Tomaten? Du bist ganz schön schnell. Ja, echt? Wir kriegen ja gar nichts mit. Ehrlich jetzt? Doch jetzt. Also gut, du mixst es und dann rede ich jetzt langsam. Wo habt ihr eure Männer heute gelassen? Mein Mann macht gerade einen Benimmkurs. Ehrlich jetzt? Ja, weil er hat nämlich so schlechte Essmanieren. Echt jetzt? Wie die meisten Amerikaner. Ja, und daher haben wir gesagt, ich mache einen Kochkurs und er macht einen Benimmkurs. Die setzen sich also mit dem Popo hinten bis an die Lehne ran. Füße nebeneinander und die Beine in rechte Winkel. Okay. Rücken gerade. So, die Hände. Das ist besser. Das ist mit Sicherheit für 10 Minuten wesentlich cooler, aber nicht wirklich an den besten lange. Okay. Und woher unterscheidet ihr euch eigentlich so? Ihr ganzen Geschwistern oder seid ihr alle gleich? Nee, wir sind überhaupt nicht alle gleich. Wir sind überhaupt nicht gleich. Wir sind ähnlich. Auf den Mund gefallen ist keiner? Ja. Auf den Mund gefallen ist ja gut. Von den Charaktereigenschaften. So äußerlich sind wir total unterschiedlich. Ja? Also wenn du jeden Einzelnen siehst, findest du nichts? Doch, total. Im Grunde sind wir gleich, aber im Detail ganz unterschiedlich. Ich bin sehr sensibel und nah am Wasser gebaut. Das stimmt. Anna Maria ist sehr ... Fängt schnell an zu heulen. Ehrlich jetzt? Anna Maria muss nur so ... Und sagt sie schon zusammen. Sarah tut nach außen hin sehr stark. Ja. Heult aber auch gern mal. Gut. Also alles heuslos. Nee, heuslos. Ja. Und habt ihr Brüder auch oder seid ihr nur Mädels? Einen. Oh je. Wenn ich jetzt was im Mund hab, was so ein bisschen gatschig ist oder was auch immer, dann macht man ja gerne mal, tut man das halt gerne, wirbt man das gerne mal in die Serviette. So kenn ich das. Und dann macht man ganz dezent und dann zum Nachbarn so rüber. Kann man so machen. Sollte man aber nicht. Aber ... Aua! Oh, schau. Juppel! Ja. Oder schlecht. Anna Maria hat mich immer so lange geärgert, bis ich irgendwann, ich war immer ganz geduldig, bis ich irgendwann in eine gelangt hab. Und in genau dem Moment ist mein Papa reingekommen und ich hab's dann wieder abgekriegt. Ehrlich? Ach so. Sie hat immer angefangen, war nie geduldig und sie hat auch eine zurückgekriegt. Ja. Und wegen was habt ihr euch zum Beispiel immer geschnitten? Kleidung oder ... Ja. Oh ja. Nie wegen Männern. Sie haben immer einen unterschiedlichen Geschmack. Ja? Nie wegen Jungen. Und wegen was dann? Ja. Es fing bei der Unterhose an, die ich dann in der Schule ausziehen musste, weil es ihre war. Ehrlich jetzt? Ja. Oh ja, natürlich. Sie hat immer meine Klamotten angezogen. Immer. Und da sie immer ein bisschen größer und breiter war, hat sie bei mir alles kaputt gemacht. Ehrlich? Das ist ein Schwachsinn. Ich hab gar nicht meine Klamotten angezogen. Meine Ohr-Teil-Lastschuld. Meine Maria, du hast immer meine Sachen angab. Das macht Marisa heute noch so. Das machst du heute noch. Ich mach heute, nehm ich von dir Sachen. Auch wenn ich mich mit meiner Maria manchmal ein bisschen anzicke, das war schon immer so, das wird auch sicherlich immer so bleiben. Trotzdem bin ich immer froh, wenn ich mit ihr gemeinsame Zeit verbringen kann. Ohne Männer. Denn wir haben jetzt beide mittlerweile eigene Familien und da hat unsere gemeinsame Zeit doch sehr stark abgenommen. Du sitzt nicht so ein Bauer, Mann. Was ist das los? Wir sind mit dem Essen fertig. Und wir gehen aus dem Restaurant raus. Serviette kommt links neben den Tisch. Wenn dann noch vorhanden. Der Tischherr hilft natürlich der Tischdame wieder aus dem Stuhl. Ich habe den Kurs aus Liebe vor Sarah gemacht. Aber ich hoffe, ich vergesse nicht alles bis zur Hochzeit. Eigentlich alles. Wie die Küche aussieht. Furchtbar, ja? Also mein Mann, wenn der kocht überhaupt, wenn der irgendwie im Haus ist, der ist so unordentlich. Ist sauberer? Ne. Ne. Leider nicht. Er ist ein unglaublich toller Vater. Bist du auch schlampig? Ne, das stimmt nicht. Ich bin nicht schlampig. Das stimmt nicht. Nicht schlampig, aber ein bisschen unordentlich. Ne. Wenn du mit Marc zusammenleben würdest, du kämmest da auch nicht gegen an. Ja, aber ich kann mit einem Mann die Marc nie zusammennehmen. Michi, was sagst du dazu? Du bist ja auch so, dass du deine Sachen überlegen lässt. Aber nur in meinem Ankleidezimmer. Nicht mehr irgendwo anders. Das hat sich auch geändert. Ja, das wusste ich nicht. Aber jetzt ja beim Benimmkurs, jetzt wird es vielleicht alles so. Gibt es das so was, wo man Ehemänner erzieht, dass sie ordentlicher sind? Ne. Nach gelungenem Benimmkurs entspannen sich Marc und Robin bei einer improvisierten Partie Golf. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Get it up and over the thing. Yeah, I see. Get it up and over the thing. Das ist die Böden, Marc. Welchen type Junge magst du? Junge? Du meinst welchen Typ von Frau? Ja, von Frauen. Was ist die beste Frau für dich? Hübsche Frauen. Hübsche Frauen? Sieht gut aus? Das ist alles? Ja. Fürs Heiraten muss es mehr sein. Aber... Jetzt, doch? Du musst uns sprechen mit ihr. Ja, du sollst nicht so dumm sein. Eine Konversation, ja? Ja, wenn ich abends ausgehe, will ich mir nicht zwei oder drei Stunden anhören. Oh, das Leben. Ja. Da willst du Party machen. Ja, Party machen. Aber... Wenn du heiraten willst, brauchst du jemanden, mit dem du sprechen kannst. So, du magst eine intelligente Mädchen? Ja, eigentlich mag ich intelligente. Eine tolle Mädchen? Blonde? Nee, sie sollte nicht... Sie sollte so groß sein wie ich oder kleiner, nicht größer. Blonde oder die Haarfarbe ist egal. Ja? Aber... Große Brust. Du magst große Brust? Ja. Ja. Du nicht? Du magst lieber so... Nein. Ich mag nice, firm, athletic Brust. Zum Aufpumpen? Deswegen spielst du auch immer mit den Barbies. Ah, boy. Du musst so viel lernen. Ich muss viel lernen? Ja. Du musst viel lernen. Habt ihr jetzt wenigstens was gelernt oder? Ja, also ich weiß, wenn man Brotschips macht und Njokkis. Ja. Die Ente habe ich nicht so viel mitgekriegt. Ja. Und das ist schon... Das sieht schon sehr lecker aus. Ich habe definitiv meine Liebe zum Kochen entdeckt. Was natürlich nicht heißt, dass ich es jetzt wahnsinnig gut kann schon. Aber ich werde weiter üben und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vater Michael hat eine Aussprache auf neutralem Boden organisiert. Der Konflikt zwischen Sarah und Soraya hat sich in den letzten Wochen immer mehr zugespitzt. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir hier einen Anfang machen würden. Einfach ein Gespräch und nicht zu viel davon erwarten, aber... Was soll denn passieren, was das ist? Schauen du an. Ne, wieso? Ich habe ja die größeren Probleme habt ja ihr mit mir, nicht ich so mit euch. Ich finde es schon besser, wenn du anfängst, was du... Ja, also, ich meine, die Problematik ist ja irgendwie schon relativ bekannt. Ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen einfach eine Regelung finden, dass du als Gast zu dieser Hochzeit kommst und den Abend genießt und ich nicht das Gefühl habe, irgendwas funktioniert nicht und du gehst an die Decke, weil bei mir auf meiner Hochzeit die Kerzen nicht richtig stehen oder die Lichter nicht richtig eingeleuchtet sind oder die Blumen nicht die sind, die wir bestellt haben. Ich möchte, dass du einfach da bist, um mich zu unterstützen und es mir so schön wie möglich zu machen und nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss dich irgendwie glücklich machen und es so machen, dass es für dich schön ist. Weil ich habe jetzt schon Angst davor, dass du wieder irgendwas findest, was nicht richtig gelaufen ist, was nicht da ist, was nicht pünktlich ist. Dann wäre es doch besser. Ich komme einfach gar nicht. Nein, guck mal, du kannst das gar nicht annehmen. Doch, doch, kann ich schon. Aber wenn dir das so einen Druck macht... Ja, jetzt machen wir so, aber ich sage es dir jetzt mal. Ist das für dich nachvollziehbar, wenn du mal zurückdenkst an deine... Mir sind die Blumen völlig egal, die auf dem Tisch stehen. Also ich finde das total... Da steht aber dem... Oder welche Farbe. Es ist nicht meine Hochzeit. Das habe ich Millionen Menschen jetzt um uns rum gesagt, als wir diskutiert haben. Es ist auch nicht dein Haushalt. Du gehst trotzdem hin, machst die Mülleimer leer, fechst die Bude aus oder fängst an zu staubsaugen. Den Impuls wirst du garantiert dort auch haben. Das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, wie das dazu kommt, was du denkst. Nimm es einfach mal hin und denk so drüber nach und überleg dir dann, ob du... Nee, ich weiß überhaupt nicht, wie du darauf kommst, dass ich jetzt die Hochzeit, dass mir das mit den Blumen oder irgendwas drumherum... Mama. ...mich da aufregen würde. Mir liegt das jetzt am Herzen, was jetzt demnächst ansteht, jetzt unsere große Hochzeit. Das ist eigentlich das, worauf ich jetzt erstmal hinaus möchte und wo ich einfach zwischen uns Frieden haben möchte und... Erstmal vielleicht, dass wir beide ein bisschen Distanz zueinander haben, damit wir wieder zueinander finden... ...oder wieder im normalen Ton miteinander sprechen können oder dass wir uns immer gleich anzicken. Und ich finde, wir sollten da irgendwie gucken, dass wir das jetzt als ersten Anlaufpunkt nehmen, um halt daran zu arbeiten, sodass es besser wird. Und hast du jetzt auch das Gefühl, dass es uns ein Stückchen verändert hat oder weitergebracht hat oder zum Nachdenken gebracht hat? Ich weiß definitiv, dass genauso wie euch der Konflikt, der sich verschärft hat, verändert hat und zwar für uns alle spürbar und auch sichtbar für mich an euch... Genau so wird jedes Gespräch, jedes Gespräch eine kleine, kleine Veränderung im Kopf bringen. Das ist nur für mich ist es ein Prozess und der ist übrigens nicht so unnormal und der läuft in manchen Familien schärfer, härter ab. Das war ja ein netter Versuch von dir, diplomatisch dieses Treffen hier zu arrangieren, um da ein Stück weiter zu kommen. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl... Ich habe zum Beispiel noch so einige ungesagte Sachen, was den privaten Bereich betrifft. Ich habe dir neulich eine kleine Hose für Tyler mitgegeben, ich weiß bis heute nicht, ob du die magst, ob er die mag. Ich wusste nicht, dass sie von dir war. Diese Hose ist super süß, ich wusste nicht, von wem die war. Die lag einfach plötzlich auf der Wickelkommode oder auf der Kommode von Tyler. Ich habe sie noch gefragt und habe gesagt, hast du sie bekommen, hast du gesagt, ja, aber ich habe noch gar keine Zeit gehabt. Und dann warst du schon wieder irgendwie... Mama, ich kann dir nicht mehr tun, als dir das zu sagen, wenn ich... Also anders kann ich es jetzt momentan nicht erklären und ich muss jetzt auch gleich los und den Muckel ins Bett bringen. Ich glaube, in manchen Dingen habe ich vielleicht bei Soraya ein bisschen überreagiert. Wir sind alle unter Stress, wir sind gereizt. Trotzdem ist es manchmal eben schwer mit ihr und sie hat sicherlich auch schwer mit mir. Aber ich weiß, sie hat es gut gemeint, nur sie muss eben auch akzeptieren, dass ich jetzt meine eigene Familie habe. Grüß Mar. Ich denke, wir müssen beide an uns arbeiten, Sarah an sich und ich an mir. Aber so wie wir verandacht sind, schmollen wir ein paar Tage und letztendlich dann können wir uns doch... alle zusammen gemeinsam auf die Hochzeit freuen. Darauf habe ich Festival überzeugt. Um Sarah auf andere Gedanken zu bringen, fährt Marc mit ihr in seinem neuen Ami-Schlitten ins Autokino. Hallo. Wissen Sie, wie das bei uns mit dem Ton läuft? Ja? Ist das Radio denn genauso alt wie der Wagen? Da könnten Sie nämlich Probleme bekommen. Wir senden auf 106,6. Versuchen Sie das mal einzustellen. UKW. UKW? Hier steht nichts dran. Frequenzmäßig müsste doch irgendwo draufstehen. 106? Hier geht es nur bis 16. Hier steht irgendwie... Bis 16. Probieren Sie es mal, dann könnten Sie Glück haben. ganz bis zum Anschlag und da mal versuchen einzustellen. Wir senden auch schon. Was senden Sie denn gerade? Musik. Achso. Also wenn ich sie höre, sage ich sie Ihnen. Das hört sich auch mehr nach Mittelwelle an. Das ist Mittelwelle, was Sie jetzt im Moment haben. Ja, aber was heißt Mittelwelle? Müssen wir hier die Knöpfe drücken? Ja, hundertprozentig. Also das ist garantiert kein UKW, was wir jetzt im Moment haben. Okay, es macht nichts. Ich weiß es, was wir machen mit dir. Wie wir es hier machen. Kein Kino. Was denn? Knutschen? Knutschen. Alles. Ja? Die ganze Zeit jetzt? Ja. Dann knutsch mich. Okay, jetzt kommt los, ja. Danke, creo wir. Auf jeden Fall. Oh. Hallo. 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 Hallo, Frau. Wir haben eine Schlange im Teich. Wie Sarah einen gefährlichen Gast im Garten entdeckt. Oh mein Gott, sie ist gekommen zu mir. Wie Katze Mino nicht mehr aufzufinden ist. Mino! Mino! Und wie Sarah alles in Frage stellt. Wie soll ich mich jetzt darum kümmern, Mama? Ich fühle mich so nah an die... Ich bin gut, ja?